Yo, was geht ab meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video, ich befinde mich mal wieder in Bonn, ja, und heute frage ich mal die Leute, was die so am schönsten an sich selbst finden und deswegen, bleibt einfach mal dran, wir legen jetzt los. Guten Tag, hallo, wer ist das? Mein Hund. Ist dein Hund? Brrrr, ist das Kummel. Kummel, okay, ich habe eine Frage an euch heute, ja, was findest du am schönsten an dir? An mir? Genau. Meine Haare? Meine Haare? Ja. Was findest du am schönsten an dir? An mir? Mhm. Auch. Mein Lächeln? Ja. Wofür hast du die meisten Komplimente bekommen? An mein Lächeln. An mein Lächeln, okay. Und sonst? Ja. Gesicht? Mhm. Haare bestimmt, ne? Ja. Oder eher weniger? Nee, also... Ja, doch, ich glaube eher weniger. Ja. Äh, also, was findest du am schönsten an dir? Ähm, war auch eine schwere Frage. Ne, ich mag alles an mir. Ja, aber was, so, gibt es einen Körperteil, was du am schönsten findest? Meine Haare. Haare? Ja, meine Haare. Meine Augen. Deine Augen, okay. Und du? Meine Augen auch. Nein, hör auf, sag das jetzt nur, weil ich dir das gesagt habe. Ohne Witz jetzt. Ja? Ja. Und sonst, was steht bei euch jetzt an? Habt ihr jetzt einen gekauft hier, oder? Nö. Nee, einfach nur geguckt. Einfach so raus jetzt, ohne... Ja. Ohne was zu kaufen, ja, ich kenne das. Was findest du am schönsten an dir? An mir? Mhm. Fangen wir bei dir an. Muss ich jetzt so bestimmte Sachen sagen? Ja, wofür kriegst du die meisten Komplimente? Äh, ich glaube für meine Wimpern. Meinst du, die sind echt? Ja, die sind echt. Ja, hast du getestet? Naja, das haben sie. Zieh mal einmal dran, ich will mal gucken. Zieh mal nicht an. Nee, die macht nichts. Nee, so, ja. Darf der dranziehen? Ja, die sind echt. Ja. Okay, für deine Wimpern, ja? Ja. Was noch? Weiß nicht, so generell. Ja, so, ich weiß nicht, für meinen, also generell so, dein Körper, ich weiß nicht. Ja. Okay, was findest du am schönsten bei dir? Meine Klamotten. Homo? Meine Klamotten. Meine Klamotten. Klamotten. Okay. Und meine Brille ist auch ganz, ganz gut. Hm. Ja. 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 Wofür bekommst du die meisten Komplimente? Für alles. Alles, alles. Alles, alles. Alles, klar, Mann. Aber halt meistens nur so, du bist hübsch oder so, aber nicht so, ja, keine Ahnung, schöne. Was hat letztens jemand zu dir gesagt, so, was du noch im Kopf hast? Schöne Lippen. Was steht bei euch heute an? Trinken. Saub, bro. Nach Dortmund. Echt? Gibt es was zu feiern? Ja, Mann. Oder? Feiern, Freitag. Heute ist Freitag. Wir feiern jeden Freitag. Okay, ja, die Frage, die ich euch stellen wollte, ist, was findest du am schönsten an dir? Fangen wir bei dir an. Ich. Was ich am schönsten an mir finde, ich glaube, meine Lache, die ist lustig. Ja, findet ihr das auch? Ja, sehr angenehm. Klingt fein. Was geht bei dir so? Spielst du Basketball? Nein. Ich habe Basketball, das ist fresh. Oh, sorry. Kannst du gerne für mich reden. Wie groß bist du? Ja? Wie groß bist du? Ich denke mal, zwei Meter. Mit 17 war ich 1,97. Hört mal auf, zwei. Hey. Du warst nicht bei der NBA, ne? Ja. Bei NBA warst du nicht. Leider nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich konnte da nicht mehr rein. Ey, wenn ihr mich immer noch haben wollt. Ja, meldet euch. Coach Carter, ne? Heißt der? Ja, Mann. Coach Carter, ja, Mann. Ey, das ist dieser Film. Das ist so ein Film. Musst ihr den mal reinziehen. Ist gut. Alles klar. Easy Bon. Ey, hat mich gefällt dann. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Ja, Mann, Freunde. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ja, in Bonn ist immer wieder was los hier. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.